Wusstest du, dass es eine alte Version von Miraculous gab, bevor sie veröffentlicht wurde? Wenn wir uns die alten Entwürfe ansehen, sehen wir, dass die Charaktere ganz anders aussehen als jetzt. Am meisten unterscheiden sich Marinette, Chloe, Sabrina, Julika, Rose und Luca. Sowohl die Haare als auch die Kleidung der Figuren sind sehr unterschiedlich. Besonders Luca und Julika sind sehr überraschend. Das Design von Queen Bee ist auch sehr anders und ich denke, dass ihr vorheriges Design wesentlich schöner war. Aber die frühere Version und dessen Design beschränkt sich nicht nur auf die Kleidung. Marinette, Alja und Chloe waren drei sehr gute Freundinnen und haben viel Zeit miteinander verbracht. Außerdem waren die Kräfte von Ladybug etwas detaillierter. Um sich vor etwas zu schützen, kann ihr Jojo zum Beispiel Schmetterlingsflügel ausbreiten und sich drehen, um Gegenstände wie ein Schild abzuwehren. Dasselbe Jojo kann auch zu einem Schwert werden und wenn Ladybug einen Ort betreten will, kann sie das Jojo als Bombe benutzen. Für Cat Noir gab es vor Kataklysmus die beiden Kräfte Black Storm und Black Hole.